Du hast mir gesagt, mach dir keine Sorgen, denn wir hier wissen das, alles zu zerschlagen. Nun hoff ich so sehr auf den neuen Morgen, bitte gib mir die Kraft, um das alles zu ertragen. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, auf dieser Welt läuft so vieles verkehrt. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, erklär uns doch, wie man sich richtig wehrt. Die Engelsarmee steht zum Einsatz schon bereit, doch was muss geschehen, dass sie endlich eingreift und uns endlich befreit von dem ganzen Irrsinnswahn. Was kann ich selber tun, nur du kennst doch den besten Plan. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, auf dieser Welt läuft so vieles verkehrt. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, erklär uns doch, wie man sich richtig wehrt. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, auf dieser Welt läuft so vieles verkehrt. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, erklär uns doch, wie man sich richtig wehrt. Herzengel Michael, mit deinem Feuerschwert, mit deinem Feuerschwert, mit deinem Feuerschwert, mit deinem Feuerschwert,